Hey Leute, was geht? Willkommen wieder zur neuen Folge Brick Regist, genau. Schön, ne? Und ich noch etwas ganz spannendes, nämlich eine epische Polizei-Verfolgung. Ich sag euch, da wird ordentlich was in die Luft gehen und ich würde sagen, los geht's Freunde. So, dann fahre ich mal meine tolle Route. Rase mal ein bisschen hier, weil die Straße ist ja frei. So Leute, wir haben jetzt ja heute Dienst, ja. Ich will, dass wir hier ruhig auf den Straßen unterwegs sind, ja. Alles Verdächtige wird rausgesucht und dann können wir auch schon losfahren, ne? So, ich fahre mal hier Streife Nummer 1. Ja Mann, Alter, wir können Donuts drehen. Oh, ich höre schon was. Oh, das sieht aber nicht so toll aus da hinten. Habt ihr es gesehen? Ach du meine Güte, den werden wir mal rausziehen hier. Oh nein, die Polizisten. Ich glaube, ich muss mal anhalten. Guten Tag, guten Tag, dass ihr übrigens dasselbe Kennzeichen hat wie sie, aber egal. Darauf geht jetzt mal nicht ein. Wissen Sie, warum ich sie angehalten habe? Nein. Es geht sich darum, sie sind hier mit ihrem Auto über die Wiese gefahren, so völlig lächerlich so. Warum machen sie so was? Weil... Tschüss! Oh, oh shit! An alle Einheiten, wir haben hier ein oranges Auto mit einem schwarzen Spoiler mit dem Kennzeichen Pharao 13. Warum auch immer man so ein Kennzeichen hat, aber gut. Ich brauche sofortige Unterstützung. Wir müssen ihn von der Straße... Oh, er hat mich fast gerammt. Er rammt. Er versucht zu rammt. Let's go, let's go. Alle auf ihn. Oh! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh Gott! Ihr sollt euch nicht selbst umbringen, ihr sollt... Die sind ja wie in GTA, Alter. Holy shit, warum ist er so schnell unterwegs? In GTA, wir fahren ja auch genauso behindert. Ja, man. Leute, Leute! Ihr müsst versuchen, ihn zu rammt oder so. Shoot! Boah, Alter! Oh! Oh, Schnut! Warte mal. Er ist in ein Haus gerammt. Er ist in ein Haus gerammt. Nein, nicht in mich! Aua! Aua! Leute, 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 Leute. Was macht denn er da hinten? Ihr sollt in ihn reinfahren, nicht irgendwie selber. Hinterher! Oh shit. Mal blicken dabei. Halten Sie... Halten Sie sofort das Auto an! Oh, Junge. Er dreht sich. Er hat sich gedreht. Er hat sich gedreht. Oh shit, Mann! Ausgebrochen oder so. Let's go! Oh. Hinter ihm her. Zwei andere Leute können schon mal versuchen, von der anderen Seite hinzufahren. Er ist hinter... Er ist hinter dem Parkhaus. Er fährt nach links, Richtung... Richtung Bahnhof. Wir brauchen unbedingt welche, die ihn blockieren. Ja, Mann! Super Timing! Oh shit! Ja, Mann! Easy auch, du kriegst! Aus dem Weg! Oh shit! Wir fahren noch. Wir können noch fahren. Oh, da können wir fahren. Shit, der Rino kommt. Man muss... Man muss dazu sagen, ähm... Er hat kein Extra-Leben, aber die Polizei hat ein Extra-Leben. Das heißt, die Polizei, wenn sie kaputt ist... Wo ist denn jetzt hin? Leute, wir haben ihn verloren! Ah, nee! Er ist Richtung Stadt unterwegs! Shit, Mann! Das ist eine gute Beschreibung. Er ist am Schraubplatz vorbei. Warte mal, ich fahr jetzt da... Ich fahr jetzt da andersrum. Ich fahr hintenrum. Also, was ich sagen wollte, man kann sich einmal reparieren als Polizist und danach... Ja... Danach nicht mehr. Pharao, mach mal ein Piep. Piep genug? Ja. Boah, Junge, ich hab... Leute, ab den! Wo ist denn er gerade? Das bringt natürlich viel. Keiner kann irgendwas sagen. Schau mal nach da hinten. Boah, Junge, die sind hier überall verstreut. Das ist so ekelhaft. Wo bist du denn? Oh, fuck! Der ist voll Gegenshaus gefahren, cool! Okay, Leute, ich hab irgendwie... ...den Anschluss verloren. Teurer da hinten, aber Sirenen. Deswegen fahren wir mal da hin. Da ist der Spot-Akw. Da ist der Spot-Akw, ja, Mann. Oh, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen! Oh, shit! Oh, nein! Ah, ich fährt noch, ich fährt noch. Es fährt noch. Wir fahren noch. Fahren noch. Noch können wir fahren. Teilweise. Wie da? Es gab mal auf der... Oh! Auf der Lego-Seite gab's auch so Spiel. Das war genauso wie das. Nur noch viel behinderter. Oh! Den Modus hab ich früher in GTA 4 gespielt. Oh, shit! Was macht denn das, was... Ich geb nie auf! Jo! Fahrt in den Reihen! Fahrt voll kann ich... Ihr müsst ihn disablen! Hä, jetzt hab ich schon... Oh, Junge! Jo! Oh, Junge! Bleiben Sie stehen! Die Polizei! Scheiße, aus dem Fahrzeug aus! Nö! Alle raus, alle raus! Mit Pistolen! Schießt auf die Reifen! Auf die Reifen! Schreiben Sie stehen! Warum gehen die Reifen nicht kaputt? Schießt auf die Hupe! Schießt auf die Hupe! Bleiben Sie stehen! Okay, wir... Wir müssen tödliche Gewalt anwenden, weil er ist kurz davor, einen Polizisten zu überfahren. Schießt weiter, wir wissen nicht, ob er tot ist oder nicht. Okay. Wir haben hier einen Klotz, damit werden wir ihn jetzt erschlagen. Oh, ich glaub, der fährt ein bisschen zu schnell. Den müssen wir mal kurz aus der Straße holen. Ich fahr fucking 45, Mann! Was willst du? Oh shit, Alter, ich hab... Ich hab aber jetzt keine Lust anzuhalten. Ich hab noch was auf dem Herd. An alle Einheiten, wir haben einen flüchtigen, roten, äh... Orangenen Autofahrer! Wie möglich anhalten! NIEMALS! Wirklich, jetzt richtig ein neues Industriebeet! Oh shit! Oh nein! Ich hab mich selbst disabled! Ihr kriegt mich niemals, glaub ich. Boah, Fahrlag muss nicht kriegen! Scheiße, Mann! Nein! NIEMALS! Oh shit, ich muss wegrennen! Oh nein! Shit, ich hab mich fest! Fuck, ich häng fest! Fuck, ich häng fest! Warum explodiert das nicht? Was ist da los? Oh, sie kommen! Ich glaub, wir müssen da bisschen rum und rum fahren. Ihr kriegt mich niemals! Ihr wisst gar nicht, wo ich bin! Hoffe ich! Sagen wir mal so! Ich hab halt echt bestimmt keine Ahnung, wo ich bin, oder? Ich hör halt nur überall zu reden, Alter, was geht da ab? Hä? Du bist aber noch in diesem Industriegebiet, Olbi? Ja, ja. WTF? Bist du eventuell in diesem Dings drin? Ja, ja. Äh, Editor? Ja, ja. Ich bin im Editor. Oh, die Autos drehen sie so übel schnell aus. Achso! Gib mir dein Auto! Oh shit! Schnell wegfahren! Yeah, ich hab ein Polizeiauto ge... Oh nein! Zwartwagen! Oh shit! Oh nein! Er kippt um einfach! Er kippt einfach um! Er kriegt mich niemals! Ich fliege gerade einen Officer downtown! Wir brauchen mehr Verstärkung! Pff! Oh shit! Oh nein! Ha! Ich fahr einfach weg! Er kriegt mich niemals! Aua! Das hat weh getan! Ich fliege mir jetzt weiter unter Kontrolle! Wir brauchen mehr Einheiten! Pff! Pff! Wir fahren meinen Bellemann abholen! Hahaha! Die halt alle hinter mir herfahren, so was habt ihr alle von mir? Hahaha! Ich wundere, du krankst! Ich krieg mich niemals! Der war knapp! Oh! Der war knapp! Wo ist der? Wuuuuhuuu! Jo! Scheiße! Oh shit! Oh! Oh! Oh nein! Ja! Nice, ne? Joel hat mich weggenutzt! Aber hast du das gesehen? Ja! Er hat mich einfach reingeh... Oh! 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 Was geht ab! Was seh ich denn da vorne? Seine Abgaswerte sehen aber auch nicht so toll aus, ne? Den halten wir mal an! Entschuldigen Sie! Einmal anhalten bitte! Einmal bitte anhalten! Hallo! Halten Sie bitte an! Oh! Er hat den Polizisten gerannt! Ich hab bitte an den Polizisten gerannt! Oh nein! Sie sind unterwegs! Oh! 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 ihr das gesehen leute ich habe aus dem unfall einen fliegt zu fuß er schießt ich muss mit unbedingt flichten leute wir haben gerade zur information bekommen die polizisten halten sie sofort den rasenmäher an niemals halten sie halten sie den rasenmäher sofort an nein er flieht ins parkhaus an alle einheiten er ist jetzt im parkhaus er ist auf dem weg in die erste etage an alle einheiten er ist in der ersten etage an alle einheiten er ist jetzt auf dem weg in die zweite etage an alle einheiten er ist in der zweiten etage an alle einheiten gleich auf dem dach wo bleibt ihr denn An alle Einheiten, er ist wieder auf dem Weg, unter das Dach zu gehen. Ich würde so gerne jetzt die Treppen runterfahren mit dem Teil. Die meisten sind halt gerade nach unten, so das macht. Der eine fährt gerade so. Hach wieder um! Dreh um! Komm wieder runter! Ich kriege ihn niemals. Halt sie das Fahrzeug an! Sonst wenden wir tödliche Gewalt an! Neck! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ah! Nicht mit mir! Er fährt wieder hoch! Ich will da runter! Lass mich da bitte runter! Ich will da runterfahren! Warte! Hat keiner gesehen? Warte! Lass mich runterfahren! Ich will da runterfahren! Was macht denn der Kollege da hinten? Ich will da runterfahren! Aus dem Weg! Wir müssen ihn anhalten! Halt sie sofort den Mower an! Platz nah! Oh Gott! Anhalten! Ach, ich muss noch eine Lampe sicher gerade! An alle Einheiten! Ich pitte den Rasenmäher an! Scheiße, es geht nicht! Ja! Niemals! Ja! Oh shit! Oh shit! Ich bin durchgekommen! Halt sie gesehen! An alle Einheiten! Er ist unten! Er ist... Aua! Was machst denn du? Oh shit! Oh shit! Meine Kollegen fahren hier wie die gesekten Soe! Okay, wir müssen wieder runter! Er ist jetzt über die Wannschienen am Fahren! Hinterher! Hinterher! Aber wie schnell kann das da irgendwie überhaupt? Wir kurz gucken! Fahr du! Komm! Das wären 32 kmh! Hinterher! Wo ist er denn? Dahinten! Die totale Zerstörung in dem Hintergrund! Jo! Jo! Oh! 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 Ja! Oh shit! Ganz schön herbe gerade! Spiel! Kaboom! Das war die totale Zerstörung jetzt! Ähm... Ihr sollt in ihn reinfahren! Nicht in unsere übrigen Einheiten! Was zur Hölle passiert da gerade? Ich weiß gar nicht was passiert! Nein! Das Spiel ist gar nicht gecrashed! Okay! Okay! Das war's dann dann für das Video! Weil das hat anscheinend dieser Aufprall so! Mein halbes Spiel zercrashed! Dass gar nichts mehr ging! Und ich würd sagen! Wenn euch der Part gefallen hat! Und ihr seid richtig Ehrenmänner oder Ehrenfrauen! Zeig es einfach mit einem Like oder einem Abo da! Und ich würd sagen! Wir sehen uns beim nächsten vielleicht epischen, zerstörerischen... Äh... Verfolgungsreichen... Ja! Crash Day! Crash Day! Wie auch immer man das nennt! Brickricks Part! Und ich würd sagen! Haut rein Leute! Und... Ciao! Tschüss! Tschüss! Varo bitte vom Beileban abgeholt werden! Danke! Tschüss! Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.